So. Creme kann ich noch kaufen. Da haben wir wenigstens die Kräfte wenigstens aufgepöppelt. So, dann haben wir gleich zwei neue Fähigkeiten komplett ausgebessert. Und ja, wir haben hier genug Geld gefunden dafür. So, gut. Gehen wir mal weiter. Beherrschung hieß die Fähigkeit. Jetzt hab ich's. So, mal gucken. Was haben wir denn hier noch? Magazin-Größe. Schadenboost dafür. Ist es nochmal ein Schadensboost? Ach komm, den leiste ich mir hoch. Dann haben wir bloß einen Server-Igel, aber was soll der Geiz? Wir haben die voll. Super. Wir haben unsere erste Waffe voll. Und eine Errungenschaft. Super. Es ist ihr Zuhause. Wer, wenn nicht sie, soll es schützen? Ähm. Ich glaube nicht, dass ich hier Zuhause bin. Ja gut. Gibt's ja sonst noch was? Äh. Invisible Wall. Haben wir hier noch was? Nein. Na gut. Schade. Dann gehen wir mal weiter. Ja, durch die andere Tür. Haben wir hier noch was? Nein. Hab ich mich bloß geguckt. Ah. Das ist was für dich. Ja gut. Oh, was haben wir hier? Eine neue Kraft. Nimm so hoch. Okay. Ah, da, da, da. Mhm. Loll. Okay, jetzt lese ich euch das mal vor. Drücke rechte Maustaste. Äh. Also drücke rechte Maustaste, um nahe Gegner von dir wegzuschleudern. Halte und lasse Maust... ...rechte Maustra... Äh. Mensch. Ich bin heute mal wieder im Lesen richtig mies. Halte und lasse rechte Maustaste. Los. Das hört sich scheiße an. Um Gegner zu ergreifen und in deine Nähe zu zerren. Gegner in der Luft erleiden größeren Schaden. Super. Wir haben eine neue Fähigkeit. Wir werden das mal... ...auf das... Jetzt müssen wir, glaube ich, alle Fähigkeiten haben, wenn ich mich nicht irre. Da gucke ich mal schnell. Hier haben wir es ja. Unsere... Unsere... Äh... Das ist jetzt das... Wer es noch nicht weiß, oder... Das hatte ich schon mal gezeigt, das ist unser Menüfenster, was wir haben. Können wir uns auch unsere Kleidung auswählen. Da können wir gucken, wo wir welche Infusionen draufgepackt haben. Das sind dann die Kräfte, die wir schon verbessert haben. Ach ja, zurück zum Absenden haben wir noch nicht. Sonst haben wir alle. Hier sind nochmal die... Äh... Roxofone. Und hier sind dann nochmal die ganzen Verbesserungen von den ganzen einzelnen Waffen. Da fehlt uns noch einiges. Naja, gut. Sonst nicht weiter sterben. Äh... Hatte ich die schon mal durchgesucht? Ne. Gut. Gehen wir mal weiter. Was war das? Es wird bedrohlich. Wieso schreist du und rennt's weg? Okay, warte mal. Ich tue hier erstmal schnell alles abbluten. Tut mir leid. Muss sein. Bevor ich weitergehe. Anscheinend. Sonstgewehr. Na ja, gut. Autsch. Okay, jetzt sind wir am... Piremen, Vorsicht. Ich bin gefohlen. Ich bin gefohlen. Schmor in der Hölle. Schmorgung. ja jetzt geh endlich super der ist weg ein paar logpicks wieder eingenommen super oder lockpick ach wir können nur 30 logpicks aufnehmen dann ist kann man nicht irgendwo rein ein paar logpicks suchen ich muss mir wirklich konzentrieren hier machen wir das auf was ist das? wo ist der Typ da drin? wo bist du hier? ich sehe hier keiner äh hallo? ach da oben ja man muss auch mal nach oben gucken ja los komm ich schlachte dich ab ja wo bist denn du? der ist weg hallo habe ich den jetzt getroffen? jetzt komm jetzt treffer sinkt wo ist der andere? ja ja super gut ich rede gerade ein bisschen wenig aber ich muss mich wirklich konzentrieren hier weil ich finde die leute überhaupt nicht ich stecke mal um hier ja 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 Wo ist der? Ach Jetzt Super Wir sind hier gerade wirklich am Arsch, sagen wir mal so Kaffee Salz mit eingenommen Also ich muss mich gerade wirklich da oben messen Äh Ah nein, Handyman Dauert noch ein wenig Au Also ich habe hier voll keine Orientierung Wenn dein Leben gerettet wurde Musst du hier sozusagen in der Sozusagen in den Traum, wo wir anfangs waren Wir haben ihn versetzt Ja Super Hier sind wir auch gestorben So wie es aussieht Könnte ich mir Jetzt Huch, das wollte ich jetzt nicht Oh, weg damit Habt ihr gesehen, wo er hin ist? Ah Ich hasse Handyman Oh Mensch Jetzt renne Geht doch Ich kann hier nicht wegstoßen Scheiß das Schweißchen raus Lang lehme Daisy Komm zurück Scheiße Ja Ja Gut ja, damit Das dauert immer so lange Wenn man es gedrückt halten muss Ach eh Jetzt Ja Super Endlich Eine Ausrüstung ist rausgefallen Stiefel Tunnel Black Zielen erhöht den Schaden Um 25% Das Feuern Aus der Hüfte Verringert den Schaden Das ist ja ein bisschen Das ist so für Sniper Leute Und wir haben Nahkampf Ah Wir leben die Gesundheit Nehmen wir mal schnell Wir werden da gleich mal Umgucken Und hoch mit dir Weg mit dir Saisonsgewehr Das ist wirklich schwer Muss ich ehrlich sagen Müssen wir mal rumfahren hier Was haben wir hier noch Komme ich nirgends wo ran Wird grad mit Leertaste schlagen So Mensch war das jetzt Ja wie wird sie hier reinkommen Zur Lüftung hoch Wo ist das Luftschiff Ah hier Ja Aber vorher gucke ich mich erst mal um Vielleicht haben wir mal irgendwas übersehen Aber die Seite da nehme ich mit Hier haben wir Gut also ich muss mich gerade wirklich konzentrieren Weil es ist wirklich Wirklich schwer gewesen jetzt Irgendwo durchzusehen Und wow wir haben wieder ein Zerwegel Hier ist nix Hier ist nix Gut dann gucken wir mal schnell hier rein Und was ist hier zu sehen Egal So wir haben jetzt elf